Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu ner neuen Runde zu Minecraft hier und heute beginnen wir uns in neue Gelände eigentlich gar nicht, aber ich sag's nur, weil es spannend klingt und so ist auch echt. Nein, wir bauen eigentlich ein kleines Gehege, beziehungsweise nur, ich sag mal so, normal groß. Ein, 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 wie soll man sagen, eine Fläche? Ist das so gesehen eine Fläche? Zehn mal zehn oder wie ist das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn ist es und hier ist es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hier ist es mehr, ne? Hm, naja, eigentlich auch scheißegal. Ich wollte eigentlich ein quadratisches Ding haben. Wie viel haben wir denn da hinten? Wir haben auch eine Fünfer, ne? Fünf, ja ein Fünfer, zehn und nochmal Fünfer, dann gibt es ein Zwanziger und hier mal ein Fünfzehner. Fünfzehner und hier mal ein Zwanziger. Sieg noch, ne, noch viel mehr. Zwanzig, ein Dreißiger mal hier und hier ein Fünfzehner, das ist ja zweimal länger, ne? Ja, du, wenn wir noch nichts haben, dann, ähm, sauber. Jo, es geht klar, ging auch. Jetzt wollen wir nur noch Tiere. Soll ich da eher, ähm, ich glaube Schweine, ne? Oh, wir müssen noch Türen basteln, ich Affe. Oh, wir gehen die wieder. Sind das umgekehrt, äh, wie Zäune? Müssen wir ausprobieren. Ich weiß es nicht, mehr. Ähm. Nein. Also das war ja genau das Falsche, ne? Jo. Yes. Zwei Stück, das reicht auf jeden Fall. Jetzt kommt mal ein Schwein hohen. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Ob wir das mit Äpfel füttern. Ne, Äpfel hat es ja, glaube ich, nicht so lieb. Weizen mögen die Dinger ja noch, ne? Wirklich Weizen, keine Weizenkörner, sondern Weizen. Ja gut, das rennt weg. Das bringt uns so nix. Wir brauchen Weizenkörner hinten. Auf jeden Fall. Ähm, doof. Wir haben ja Weizenkörner. Das kriegen wir auch noch hin. Dann holen wir die. Nicht Weizenkörner, sondern Weizen. Äh, da hinten. Oh, das ist auch noch eins. Wir müssen mal entladen gehen. Das Ganze entladen. Entladen. Wenn die da jetzt rumflummern. Äh, Erde. Hier. Doch, das gibt so eine schöne, glatte Sache hier. Oh, cool. Ähm. Ansonst. Kriegen wir das zum Platz jetzt hin. Aber wir kriegen es hin. Das ist kein Ding. Das kriegen wir hin. Ops. Oh. Doch, also langsam haben wir genügend Weizen. Das ist langsam wirklich zu vieles guten hier. Bin ich doof? Hoopich, hoppich, hoppich, hoppedu-dum-dum-dum-dum. Schon mal wieder ein leeres Feld. Nein, das wollte ich nicht. Ich will auch nicht das ganze Ding wegschmeißen. So, bububumm, dum 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 Einführklammervoll, juhu Ach, eigentlich ist es eigentlich wie Beruhigungstherapie, das ganze hier Mit ähm Aussehen Das ist irgendwie schon angenehm Sogar sehr. Um eine beruhigende Art, auch im Hintergrund, noch Musik zu hören. Ich glaube, Weizenkörnern geht nur bei Hühnern. Alles andere braucht wirklich Weizen. Also, ja, Weizen heißen sie. Ich bin da, was ist auch von der Rolle hier. Sieh mal, wer weiß, wie, was, wo, warum. Was? Mögen die erst... Sagen nicht, die mögen Äpfel. Klar mögen sie Äpfel. Mal bitte nur zwei fressen. Oh. Hm? Oh. 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 Das rennt doch mir hinterher, wenn ich mit Weiß nur rumwedel, oder? Also, das war früher so. Hm. Ich depp. Das waren Karotten. Ich bin ja doof. Aber ne gute Frage, woher kriegen wir Karotten? Das war doch bei einem... Ähm... Dingens. Ist das einfach so im Land, oder muss man das bei einem Einwohner kapern? Ich guck mal nur mal kurz. Ich guck mal nur mal kurz. Ich guck mal nur mal kurz. Also, wir sind ja hier schon von der Größe her gesehen, was wir bauen und wie wir das machen im Dorf. Aber... ... Ne. Schweinchen, komm. Ne, toll. Pferde sind ja schon in der Gegend, aber das ist die falsche Gegend. Ach so. Pferde sind ja schon in der Gegend, aber das ist die falsche Gegend. Oh. Und wie steuern wir das Ding? Na ja, müssen wir noch n... Hm. Haben wir so ein Namens-Dingens-Schild bekommen? Wir können doch das Ding irgendwie tanken oder so. Hm. Na ja. Zum Apfel für doof ausgegeben. Aber ich frage mich, weil wir ja jetzt Karotten brauchen, um Schweine herzuholen. Waren das wirklich Karotten? Ich kann mich nicht... Na gut. Ähm, bevor wir das hier machen, würde ich mal gerne Koordinaten irgendwie abspeichern. Oh, ähm, ähm, so rum. So, haben wir mal ein Screenshot gemacht. Passt ja nicht mehr zurück wissen. Ähm, bevor wir da irgendwo hinreisen, würde ich mal zuerst mal kurz noch, ähm, drum... peng. Naruhung. Mal Seite legen. Ähm. 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 Ich frage mich wirklich, wo das nächste Dorf ist. Ob das überhaupt hier in der Gegend ist oder komplett an einem anderen Ort. Am Schluss haben wir ja genau in der Gegend eins, aber ich denke, das ist nicht wirklich so. Hm. Ach, du Schande nochmals. Das ist aber wirklich wieder mal hoch. Oh, Eis... Eis... Block. Pff. Scheiße. Eisblock gibt's nicht zum Mitnehmen. Da gibt's, äh, andere Gründe. Komm mal, Koltz. Rollstuhlmusik. Hier ist ein Dschungel. Na dann. Hm. Das ist ja mal doof. Da kommen wir so schnell nicht mehr runter. Hopp. 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 Aber. Wo das hier hinführt. Ich hab keine Ahnung. Nein. Da gehen wir nicht rein. Ich bin da. Oh. Na toll. Wir gehen da nicht rein. Habe ich gut gemacht. Ach, und futtern wir. Da. Ja. Ja, und weiter nach oben. Geht nur so. Scheiße. Und nun sind wir im anderen Biom. Hier gibt's ganz viel Kies. Boah. Oh, Kakaobohnen. Hm. Mh. Müssen die unbedingt in einem Baum sein? Ich glaube Kakaobohnen, ja. Und jetzt ist die Frage, woher kriegen wir eine Macherkaube? Nein, Melonen. Sind die auch? Ich weiß nicht, ob die hier sind oder irgendwo anders. Aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. Scheiße. Nein! Mit der Schere müssen wir die, glaube ich, abgrabbeln. Dann hören wir auf. Wenn die Musik ertönt, wir müssen weiterziehen in den Kriegorde.